hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS17 auf der Hack online fahren wir haben jetzt noch mal zwei mal zwei Fahrten habe ich jetzt noch mit den Strohpellets dann sind die weg endlich dann kann man das Lager hier abreißen und dann kann man aufräumen aber wenn wir da hinten am Tum sind werde ich gleich erst mal tanken fahren denke ich mal ich habe hier wieder 82 Liter drin so let's go ja mach das ist der Hover kommt irgendwoher Ball ich bin noch ein bisschen flott und grofer unterwegs bin der versprenklos und auf die Bremse hauen ja passt da kommt der Etika ich nehme mal die Bremse da rein das ist für die Bremse das ist für die Bremse ja Und jetzt wieder zum Bahnhof, wenn wir hier lang rufen, ist ganz ehrlich, ob ein Bahnhof Ich bin falsch gefahren, das war mir doch so klar. Ach man. Wollte ich mal klar sein und abkürzen, war falsch. Gibt es ja mal eine Möglichkeit zum Wenden. Sieht nicht so aus. Wollte ich klar sein und abkürzen und dann war ich doof, wie man so schön sagt. So. Und was war hier. So. Oh, Bahnhof. Das ist bestimmt hier lang. Aber eins rum, eins weiter rum. Ach man. Wer Schilder lesen kann, ist klar im Vorteil, sage ich der Blöde immer wieder. Kurze Kompass hätte ich klatsch versagt. Ja. Rein hier. Kippen wir ab. Ich habe dann noch mal die letzte Ladung noch mal. Die Progrübe, die wir noch haben in der Presse. Und dann rollen wir dort auf. Aber wenn ich den CP vor siehe. Das war es da nicht irgendwie gewesen. CP. Dann müsste man wegfahren. So. Oh, das läppert sich. Das läppert sich. Das ist Shane. Nur mal 74.000. Vielleicht kommen wir auf 200.000 noch, bevor wir uns ja den Vordermischer holen können. Oder Polen. Der hat nur 80.000, dann ging er auf der hohen Kante. Dann brauchen wir ein Grasfeld. Das habe ich bei mir oben. Mal schauen. Wir kommen. Dann haben wir diese Bommelanten hier. Nein, 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 nein. Ihr macht da was mit. Oh, das war. So, kummer. Das W-Kammer hat so schnell 170 Euro. Ihr habt da einen Lattenschuss, oder? Da kostet eh kein paar 85 Euro Hilfe. Was ist der Arm hier? Das geht so nie. Können wir von dem armen Bauern einen Haufen Kohle nehmen? Mein ganzes Geld, was ich jetzt erwirtschaftet habe von der letzten Lernte, habe ich schon alles wieder irgendwie investiert. So, schweres Wort. Aber wir haben es geschafft. Und die Felder sind in die Reihe 4. Könnt ihr noch ein bisschen einen Haufen Lack abziehen? Seid ihr nervig? Oh, ich will ja auch ein Held. Echt. Ich wundere mich, warum das Zeug mir weg ist, hat Pflanzenwachstum alles. Oh, nein. Ich bin ein Held, wie am Buche steht. Ich wundere mich, warum hier nichts wächst und da habe ich ein Pflanzenwachstum aus. Bestimmt doch schon bis zu eine Mission gekommen, der Spaß. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, wie das dazu kommen könnte. Ich habe schon den ganzen Tag vertrödelt. So. Passt du nicht ganz. Doch, jetzt so. Dann schnappen wir uns den Hildewald und den Missen aufladen. so und wie viel sind drinnen? so Primo ist leer, sind auch mal 6000 Liter wird knapp werden 2,5 gibt es dafür, 6 x 2,5 15000 etwa ich rechne mit 15 maximal 16.000 haben wir fast 200 aber naja fahren wir jetzt nochmal schnell weg und dann fangen wir an mit aufräumen schon gucken die Primo umbauen auf Wasser und Melasse damit bestimmt Spaß auch los wäre aber erstmal etwas hier verklingeln und Vorsicht bei Edeka dann überträgte ich den Blitzer wirklich als übergucke ich wo ich hin muss nochmal hier rum da steht der Blitzer da fahren wir aber hier rum da fahren wir aber hier rum so Versuch Nummer 2 jetzt gucken wir nochmal genau hin hier steht Brauerei Mcdonalds hier steht Gasthaus Fischerei wenn wir auch ein bisschen jubel Baumarkt und dann passt er so so dann haben wir das doch 54 Schafe das sieht auch gut aus das sieht auch gut aus jetzt sollte ich das Tankfass mit hochnehmen dann habe ich noch viele Tankställe am Hof jetzt sollte ich das Tankfass mit hochnehmen dann habe ich noch viele Tankställe am Hof dann habe ich noch viele Tankställe am Hof die muss ich mich auch erst noch erwirtschaften die muss ich noch erwirtschaften das einlagern kann die sind auch 100 bis 250.000 denke ich euch nicht oder mit 16.000 bis 17.000 dann lag ich mit dem Tausender knapp daneben jetzt wollen wir aber erstmal tanken jetzt holen wir das Fass hoch jetzt müssen wir hier schnell vorbei so so klar schließ mich mal weg hier du hast wohl ein knallrotes Gummiboot oder wie kommst du ja mit meinem guten Schlapper angeschnipst und wirst du weggeschossen ne 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 der gute teure Puma sonst kannst du dir gerade leisten kornen jetzt muss ich mal gucken wo man hier tanken kann ganz clever gemacht das war clever hoch 50 sollte gucken was man ausgewählt hat sollte gucken was man ausgewählt hat aber was wir gleich mitnehmen können können fährt das ist Schweineförder könnte man gleich mitnehmen so jetzt tanken wir mal voll den Stuhl obwohl es nämlich 3070 oder nicht Schweineförder mit Mischfutter das könnte man mitnehmen das wäre nicht schlecht so getankt haben Raps ich will doch mal gucken ob ich mehr Rapsfeld mieten kann wenn es reif ist so noch mal noch mal befüllen gleich mal für ein Lager im Läden habe ich da oben irgendwo ein Lager für das Zeugs das ist nicht so einfach ich wollte es eigentlich einfach wegräumen hier Mischration rein damit Ratesafe das passt jetzt hier nicht rein oh ne passt jetzt hier nicht rein passt jetzt hier nicht rein was soll ich anders machen so wir gucken mal wir gucken mal wir gucken mal da ja schon viele Dinger gezogen hat er festgelegt ja mit der Dinger das ist nicht ja das ist verpasst ja ja das ist irgendwie nimmt er das Ding nicht muss ich jetzt nicht ganz verstehen oder ok so haben wir halt da waren wir aber der Käse nimmt den armen der sie da ist dasselbe Fass spinnt spinnt das mein Fass rum oder wie das war jetzt ganz schlechte Idee das Fass rum spacken würde oder spinnt der Schlapper einfach bloß oder spinnt der Schlapper einfach bloß ok okay das ist halt bloß mischt ein was ist denn jetzt der Käse ja sie überschneidet sich bestimmt mit den Simbolen da wird alles hin so den dran das sonst habe ich noch gerade kaffee weil die Dinger die selbe gleich sind ja den kann ich bis abkückeln das schaffen wir schon noch mensch scheiß schlepper hier das haben wir fast füllen So wollen wir fast füllen, tanken wollen wir nicht, Treibstofftank auffüllen wollen wir nicht, ja. So, dann nehmen wir dich nun erstmal mit dem Hof hoch, mehr ist nicht drin, ne ist leer, goodie. Schlippere ich mal Stücke im Samf weg, müsste jetzt durch. So, ich bin gespannt, ob es klappt, ob es in einem Papp gucken. Der hat keine Kupplung dran. So, ich weiß nicht, ob er auch schmeiße, bitte wegfahren. So, hier haben wir das Fass. Kuppeln mal ab. So, die Nudeln machen dann. So, wenn man fahren muss. Dann machen wir uns das Follow Me. So, ich habe noch etwas Dingspuss für die Dingerproduktion, den wir noch nicht besitzen. Tanken wollen wir nicht. Tanken wollen wir nicht. Tanken wollen wir nicht. Tanken wollen wir nicht. So, jetzt machen wir das nicht. So, dann fahren wir dann noch mal runter, weil es so schön war. Aber, das machen wir dann in der nächsten Folge. So, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach. Ich bin raus. Ciao, ciao. Sagt euer Jaso.